Willkommen Leute zu einer Runde TTT mit ganz vielen Leuten und zwar dem Manuel, Manuel von BTTV, CarScrafter, Kunga der Beste und Evive, der Sonderschüler. Ich war einfach schon der Sniper. Ihr wisst, wie man hier Waffen bekommt, ne? Jaja, du musst Slash Hack eingeben. So, ich bin Traitor. Das sieht man doch gar nicht, du Scheiße. Doch, klar, ich hab Traitor Pässe. Von früher noch. Ich war jetzt immer die heftigste. Oh, ich bin Traitor, Bruder. Ich würd aufpassen. Du hast gar nicht genickt, du Esel. Ich bin auf jeden Fall Traitor, Jungs. Echt? Ja. Na komm, Traitor teste. Lass ich mal testen. Okay. Warum? Was geht hier ab? Weif, du bist eh Traitor. Nein, ich werd... Nein, warum schießen die mich ab? Junge, seid ihr behindert? Geht eigentlich schon bei dir. Du machst das... Junge, ich schwör's euch, ne? Geh testen. Wo läufst du, Esel? Okay, ich geh noch testen, okay. Okay, ich geh testen. Wow. Wo läufst du? Ich geh noch testen. Sohn, Alter. Macht locker, Alter. Mach locker. Manuel, wie heißt du? Ich heiße Wolf Vince. Ah, du hast gar nicht genickt? Ja, aber ich hab die ganze Zeit von Leuten... Was, ihr Hurensöhne? Was, ihr Hurensöhne? Nein, ich bin tot. Ich war Traitor. Jawoll, haha, du bist ein Hund, du hast gewusst. Nein. Das ist Kacke. Wenn man stirbt, sollen wir so machen, dass ein Stillschweigen angesagt ist. Dann sollen wir deine Schnauze halten. Ja, also, weil... Das kannst du auch eigentlich machen, wenn du lebst. Einfach ein bisschen öfter deine Schnauze halten. So, ich teste mich. Wow. Wow. Creeper-Action. Ist das Traitorfall oder was geht hier ab? Ich hab bisschen Angst, meine Freunde. Boah, Alter. Boah, hier ist voll der Krieg ausgebrochen. Manuel, wo bist du? Manuel, du bist eh ein Traitor, du Verräter. Hä? Bin ich der einzige, der noch lebt, oder was? Ich hab Angst. Freunde. Da liegt Kaskrafter. Er ist tot. Hier, mein Freund. Ich falle dort runter ins Wasser. Ich hab Angst. Warum seid ihr alle tot? Ich will nicht alleine reden. Ich töte jetzt einfach alle. Ist mir scheißegal. Ich krieg... Nein! Das war ein Innocent. Manuel, Alter. Hör mal auf damit. Wegen dir sind alle tot. Alter, ich bin ganz... Wo leben die ganzen Menschen? Die denken eh, ich bin Traitor, weil ich von hier oben schieße. Wie so ein Mofo. Mofo. Du bist Traitor. Alter. Ja! 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 Wir haben gewonnen wegen mir. Aber wisst ihr warum? Ich bin ein krasser Typ, weißt du? Mein Bizeps. Ja, ja, ja. Bei mir jetzt auch nicht funktioniert. Du dumm. Ich hab mein Steinschwert gegen ein Holzschwert gehauen. Und ich hab dein Steinschwert ausgehoben. Glaub ich... Bestes im Blatt. Holzschwert. Bogen. Cool. Bojo, nein, ich bin unten in diesem Schattzunnel. Warte das, Manuel. Und Kaskar. Okay. Ich hab Angst, dass irgendwelche random Missgeburten kommen und mich dann direkt umboxen. Warum hat Nick nicht geklappt? Das ist voll bindet. Hier liegt ein Steinschwert. Ich will auch ein Steinschwert. Da, was ist das? Sniper, cool. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin Traitor. Warte, oh, oh. Ich bin Traitor. Ey, Kaskar... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weg, 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 weg! Oh mein... Ah! 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 Die beiden schweigen. Warum rückt dich? Manuel, das würde ich nicht gesehen haben. Was bist du für einer? Ein ganz normaler Mensch. Hör auf! Hör doch auf jetzt! Manuel, Alter. Ich bin auch Traitor. Lava hat doch nichts. Ja, bin ich echt. Du kleiner Hund, Alter. Du kleine, dreckige Ratte. Du kleiner Hund. Ich hab kein Steinschwert. Ich bin Traitor. Ich bin Detektiv. Ich schwöre, ich bin Traitor. Bist du echt Traitor? Ja. Und ich. Ich bin Innocent. Vor mir sind zwei Typen. Ich würde die und die sind alle beide wegklatschen. Ey, warum werde ich schon wieder geboxt von irgendjemandem? Ja, von mir. Ja. So cute. Cool Dude. Hör doch auf mich, du schlag! Du bist doch Traitor! Oh, sorry! Ey! Fuck! Ich schwöre, ihr seid solche random. Du hast gesagt, du bist ein Traitor. Und dann hab ich dich angegriffen. Weil wenn du sowas sagst, stimmt das. Er war ja auch ein Traitor. Naja, klar. Wenn man nur sowas sagt, dann hat er das ernst. Ich hab nur 20k, weil ich mich hier noch gebannt werde, Alter. Was mit dir, du Pisser? Was? Du bist ein Traitor. Ich sehe schon, komm, du Missgeburt. Ja, du bist ein Traitor. Wo, wo, wo? Er war Traitor. Ich weiß es. Er war Traitor. Er war Traitor. Ich weiß es. Er war Traitor. Ich weiß es. Er war Traitor. Ich weiß es. Er war Traitor. Er war Traitor. Okay. Wer lebt noch? Wer lebt noch? Alter, sagt nicht, ihr seid alle tot, Mann. Mann, ich hasse wieder so alleine zu leben. Jetzt muss ich wieder alleine lachen. So, Traitor-Jagd. Timmer, er war ein Traitor. Okay. Oh, krass. Ich wollte auf den Leuchtum schießen, habe außerdem niemanden getroffen. Der hat gelitten. Du bist Traitor, oder? Boah, der ist 100 pro Traitor. Der ist 100 pro. Ja, cool, Innocent. Ich liebe so Innocent-Killerei. Nein, ich bin kein Traitor. Ich geh testen, ihr Ficker. Puh, so. Guckt, meine Freunde. Wie ich ein Nino-Rand bin. Nein. So, was geht hier ab? Gucken, geht ich testen. Genau. Ey. Leute, ey. Los, Tuttle-Skin. Gehen, Tester. Test. Wetten, der ist Traitor, Leute. Passt auf. Guckt mir zu. Ihr werdet lernen. Wow, Alter. Woher kam das? Da, der ist Traitor, 100 pro Mann. Alter. Ich bin tot, Leute. Ja, du bist ja schlecht. Oh, jo. Joga. Wir haben einfach einer den Skin von Nico. Als ob. Der heißt Little Player XD. Wetten, der schwul. Ich bin wieder Innocent. Könntest du ausrasten. Innocent. Ich bin wieder Innocent. 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 Was willst du Spaß? Was? Die wird. Guckt ihr mich die ganze Zeit an. Ich klatsche die jetzt mal weg. Er schießt mich ab. Okay. Yo. Ich weiß wo. Warum? 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 Was? Warum? Egal. Verpiss dich, du Pisskind, Alter. Das war Innocent. Ich habe zwei Innocent getötet. Ich bin voll der Volkshetzer hier. Richtig Zivilistentöter und so. Mann, Alter. Ich wollte dir nur helfen. Boah, Creeper. Wow. Ey, ohne Scheiße. Was habe ich denn denn gemacht, dass die so fies zu mir sind? Wer weiß, ich wollte dir nur helfen. Wenn du das überhaupt warst, dem ich da geholfen habe. Boah, die da Creeper, ja? Boah, bam. Ey, ich wurde schon wieder gekillt. Ja, blöden Missgeburten, Alter. Nein. Alter, wer ist die... Du warst ein Tractor, du Verräter-Schwein. Du Verräter-Schwein. Du darfst jetzt aber nicht mehr reden, sollst du in Schnauze halten besser. Boah. Boah, gestorben. Ich habe es gesehen, wie du gestürzt bist. Ja, der war der Traitor? Ja, ich glaube schon. Ja, der hat zum Mutwillig angegriffen. Ja, guck mal, der hat die Creeper hier gespawnt. Möhre. Dreht euch um. Na, wir können... Wir sind alle tot von uns, ne? Ja. Aber wir haben auch keine Lust zu reden, ne? Ja. Dann können wir ja wieder liefen. Ja. Ja.